Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem schönen Info, Video, Tutorial oder ich weiß gar nicht wie ich es benennen mag. Ich sage mal so auf meiner Wunschliste habe ich dieses Bundle, gerade weil ich für Xbox und für PC das ganze habe. Ich meine ich habe auch einen leistungsstarken PC, dass er das auf jeden Fall packt und ich habe zwei Sachen angeguckt von Fanatec. Wie gesagt, Motor habe ich jetzt noch zu viel gesehen. Dank Rückmeldung durch den Livestream sind einige, guckt nach Angebot, lag zu. Okay, super. Nach dem Motto gehe ich auf jeden Fall. Aber um erstmal einen Einblick zu bekommen in die ganze Materie. Wie gesagt, ich habe einen Logitech G27, der ist 15 Jahre alt. Für Simracing habe ich mir überlegt, dieses Bundle. Das ist LDD McLaren Bundle für Xbox. Preislich gesehen 480 Euro, 10 Euro Versand drauf. Ob überschlagen. Hat aber das Problem. Das sind 5 Newtonmeter. Jetzt seht ihr den Unterschied. DSL, DDD McLaren und Elite Bundle mit 8 Newtonmeter. Eigentlich müsste ich sagen, weg mit den zwei Pedalen oder mit drei Pedalen. Ich brauche im Endeffekt nur zwei. Und ja, das ist halt so mein Wunsch. Und ich bin mal gespannt, wann ich das einrichten kann. Wann ich mir sagen kann, mit euch zusammen auf jeden Fall die Entwicklung die Entwicklung meiner Erfahrung im ACC fortschreitend tut mit den einzelnen Komponenten. Also Drecke, Setup ist sowieso klar. Wenn der Fahrer nichts bringt, wäre es sowieso scheiße. Also das muss man definitiv ganz sagen. Aber ich sage immer so schön, ich schaue mal gerne jemanden an, der sehr viel Zeit da rein investiert und sagt, hey, pass auf, der Typ ist super, ich gebe denen was dafür. Der entwickelt sich, da ist Potenzial dabei. Mache ich bei verschiedenen Streamern auch. Genau so die kleinen Anfangen. Für mich ist halt das erste, das erste Mal, darf ich mir sowas überhaupt anschaffen für Simracing und das Potenzial ist eigentlich richtig, richtig, richtig. Es ist geil. Es macht einfach Fun. Nur bin ich halt aktuell auch erst kurz angebunden von dem Finanziellen. Das heißt nicht, nein, ich möchte nicht betteln, um Gottes Willen, sondern wenn ihr auch Anfänger seid und mit mir zusammen mal guckt, hey, ist was cooles, das Bundle für den Anfang wird es ja reichen. Und dann vielleicht nach und nach, vielleicht in 1, 2, 3 Jahren, könnte man sich ja quasi steigern. Und das wäre halt so das, was ich mir halt gerne mal anschauen möchte. Es ist was Tolles, es ist was Geiles. Keine Frage. Aber ich müsste dafür jetzt vier Monate, fünf Monate wahren, bis ich mir das leisten kann. Ich hätte es halt schon gern vorher. Vielleicht bist du ja einer, wo sagt, hey, jo, ich unterstütze mich da gerne. Mit ein paar Euro. Ein Ding. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich auch im Livestream drin sehe. Ich weiß nur, dass ich den Warenkorb mit, wenn ich ATC zocke, mit oben anpinnen werde. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und ob die Base abstürzt oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin gerne in den Software unterwegs. Dann schauen wir mal. Naja, das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Vergisst bitte nicht, am 11.11. an diesem Samstag ist ein Community-Rennen bei Huma. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, wenn du sagst, ey, den gucke ich gerne zu. Weil der Potenzial hat, weil es mir Spaß macht. Hey, ich bin auch Anfänger. Lass uns die Hände reichen. Den unterstütze ich. Dankeschön. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss. GS2 意思 Am Hände